Der neue Baustaatssekretär Engelbert Lüttke-Daldrup will sich intensiv dem Problem der steigenden Mieten widmen. Die Mieten seien ein Kardinalthema in der Stadt, sagte er in einem Zeitungsinterview. Er teile die Forderungen des Mietervereins, ein wichtiges Augenmerk auch auf den Bestand und Schutz von bezahlbaren Wohnungen zu legen, so der Politiker. Es seien in den vergangenen zwei Jahren schon viele Instrumente geschaffen worden, die nun umgesetzt werden müssten. Er selbst habe sich Anfang der 90er Jahre als technischer Referent eine Eigentumswohnung in Charlottenburg gerade so leisten können, sagte der neue Staatssekretär.